Gibt es noch irgendwas, die Hafer hat gesagt off-topic, das wäre jetzt auch der Raum, gibt es noch irgendwas auch off-topic, was wir noch nicht behandelt haben, was nicht in diesen Fragen drinnen war, die ich vorbereitet habe, was ihr aber noch für ganz wichtig erachtet, um an der Uni anzukommen, in den Lernmodus reinzufinden, mit der STEOP zurechtzukommen und sie dann auch abzufließen. Also das sind unsere vier Kapitel in dem MOOC. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr da noch was sagt, weil ich denke natürlich nie an alles und eure Perspektive ist da sehr wertvoll für mich. Ich würde vielleicht sagen, das hat jetzt eben nicht konkret nur mit dem Lernen oder mit der STEOP zu tun, dass man versuchen sollte, nicht nur das erste Semester konkret in den Lehrveranstaltungen an der Uni zu erleben, sondern auch das erste Studiensemester als Studierende zu erleben, also mit allem anderen, was auch dazugehört. Das ist natürlich jetzt mit Corona alles viel, viel schwieriger, aber nehmen wir mal an, es gibt irgendwann wieder mehr Freiheiten und so oder auch jetzt, dass man die Freiheiten, die es halt gibt, irgendwie nutzt, aber dass man auch alles drumherum probiert, dass man Leute kennenlernt, dass man ausgeht, dass man Leute trifft, dass man sich in der Uni, in der Bibliothek oder in einem Café oder so austauscht. Ich finde, das alles hilft auch, motiviert dran zu bleiben und ja, das Ganze ein bisschen weniger trocken nur auf das Fachliche zu beziehen, sondern halt eben so das ganze Erlebnis, also dieses jetzt Studentin sein irgendwie zu erleben. Also das würde ich quasi allen raten. Ja, also ich kann dem, ich kann mich dem nur anschließen, was die Fedora jetzt gerade gesagt hat und vielleicht noch dahin hinzufügen, dass man wirklich die Ressourcen nutzt, die einem von der Uni Wien zur Verfügung gestellt werden, sei es jetzt eben außeruniversitäre Sachen wie Sportmöglichkeiten, wenn jetzt mit Corona ist es halt schwierig, aber die Uni Wien bietet einem so viel, dass man das wirklich ausnützt und dieses Angebot auch annimmt. Und andererseits auch, wenn man, das ist vielleicht etwas, was weniger oft angesprochen wird, aber was ich genauso wichtig finde, wenn es einmal, wenn irgendwas nicht klappt im Studium, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt oder wenn man sonst irgendwelche Probleme hat, dass man sich durchaus an die Leute wenden kann, die einen dabei unterstützen können, seien es mal Freunde oder sei es die Studienvertretung, die sind dafür da, um mit einem Probleme zu lösen, also Lösungen zu finden. Und was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, nur weil im Studium alles so wirkt, als ob man nichts in der Hand hätte und man muss sich an die Dinge halten, wie sie sind, man hat eine Stimme und man kann diese Stimme auch nützen. Und wenn einmal ein Weg nicht da ist, wie man sich den Weg vorstellt oder wenn irgendwann mal das nicht klappt, dann kann man sich auch einen eigenen Weg schaffen. Und deswegen mein Appell einfach auch sich trauen, wenn mal irgendwas nicht passt oder wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas anders sein sollte, als es eigentlich ist, das einfach anzusprechen und seine eigene Stimme zu nutzen in diesem Bezug. Ja, voll. Ich wollte es nochmal, Sophie, fand ich total wichtig, einfach irgendwie Sachen ansprechen. Egal mit wem, egal in Bezug auf was. Mit Leuten reden und fragen, ob man irgendwas machen kann. Und in den allermeisten Fällen lassen sich irgendwelche Lösungen finden. Also die meisten wollen dich ja, also sei es jetzt wieder von Lernenseite, die wollen dich durchs Studium bringen oder irgendwer. Es sind ja so viele Leute da zur Unterstützung holen. Und in Bezug auf das Studi-Sein, ja, es gibt ganz viele Studi-Rabatte, nutzt die. Ja, also direkt sagen, in dem Sinn kann ich nichts. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich habe eben jetzt das vorige Semester zum Studieren angefangen. Also ich hatte in Mathematik das Glück, dass im Oktober, nachdem die Stehobe nur vier Wochen war, also die Stehobe war ja mehr oder weniger in Präsenz. Das heißt, der Studienanfang ist doch recht gut verlaufen oder glimpflicher, als man es vielleicht erwartet hätte. Aber eh so, wie alle anderen vorher gesagt haben, so dieses, die Angebote der Uni nutzen, das war halt jetzt in dem Sinn nicht so möglich. Aber ich kann nur anmerken, zumindest für mich, dass das auf jeden Fall ein Punkt auf der To-Do-Liste ist oder zumindest, dass man, dass es ein Ausblick ist, ein schöner Ausblick, dass ich sage so, hey, also nächstes Semester, wenn es dann geht, dass man wirklich immer weniger voll und dränglich noch einmal neu durchstartet, wenn man das so sagen kann. Und ja, also freue mich dann schon. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020